Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Commentary mit eurem Sony-Styles Gaming. Ja, natürlich wieder am Start dieses Gameplay geht hier an Sunshine. Er hat dabei als Extras Leichtgewicht pro Hardliner, Plünderer-Extrembedingungen und natürlich als Premier hat er die KSG mit langen Lauf und Reflex. Als Secondary hat er, glaube ich, wenn ich mich nicht richtig täusche, die Execution. So, und als Perks hat er natürlich einmal den Orbitat-Satellit, die Kampfhunde und den Schwarm. Als Premier hat er natürlich einmal die S-Minute als Secondary, ein EMP. So, und zwar, heute haben wir ein gutes Thema. Ah, na, okay, gut, ist übertrieben. Einigermaßen ein gescheites Thema und es geht zwar um das, um den Titel. Ja, wer hat es gedacht, Battlefield 4. Ja, natürlich bin ich wieder im Solo im Moment dabei und zwar, ähm, Battlefield 4 habe ich ein paar Informationen. Es soll wie Battlefield 3 sein, nur generell, ähm, soll, ja, angeblich, ähm, der, ähm, wie heißt das, ähm, das, ja, das Battlefield 4-Prinzip soll dasselbe sein wie der Dreier natürlich. Und natürlich würde ich dann auch euch dann sagen, wie die, ähm, Perks so sind. Ich denke mal, so wie Battlefield 3 eben, du kannst mit Kampfhubschrauber fliegen, du kannst auch mit Panzer fahren, denke ich mal, und so weiter. Wie gesagt, ich habe noch nie Battlefield gezockt, okay, außer Battlefield 2, Bad Company, das alte Battlefield, wie jeder kennt. Und, ja, natürlich haben ein paar YouTuber mitgemacht, das einmal X, Wexotix, und, ja, natürlich Sunshine, ja. Und es, ja, und Massaker. Und zwar, ja, wir haben noch ein anderes Thema aus Battlefield 4, es geht, äh, generell über BO2. Also im Moment sind die Host Migration so heftig, das ist echt schon, Entschuldigung, asozial. Du stehst vor einem Gegner, oh, irgendwelcher ist Host und natürlich Host Migration. So, dann geht das Spiel los, du stirbst als erstes, ganz geil. Und natürlich musste ich auch sagen, die BO2-Spielmoment nervt mich so übelst, warum? Und, ja, im Prinzip, die, 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 also manche Leute lecken um die Gegend, das ist asozial. Und es ist einfach nur behindert, wenn ich es so sagen darf. Und es nervt einfach BO2. Ich würde mir Battlefield 3 zulegen. Natürlich werden auch Let's Plays von Ding kommen. Ähm, wie heißt's? Von, ähm, Metro Last Like. Ich werde natürlich ab dem 17. Mai natürlich auch meinen Kanal machen. Ich werde auch unseren Upload, Upload, ähm, Uploadplan machen. Wann was kommt, sonntags des, unter der Woche, Montag bis Samstag des. Mal gucken. Und zwar generell, die, die Sache ist einfach, ähm, ja, es gibt immer mehr, wie gesagt, ich komme wieder zum alten Thema. Es gibt im Moment so viele kleine Kiddings, sind 12, 13, 14 Jahre alt. Okay, es gibt auch paar, die sind auch jünger. Ähm, Spiele, 18er-Spiele und sowas, ich ekelt mich einfach nur an, ganz einfach. Das sind diese Pros wieder. Diese kleinen Spackis. Ich weiß es, ich bin jetzt wieder, wieder so fies, so andere. Ich weiß, ich werde bestimmt jetzt bald wieder Nachrichten bekommen. Oh, du bist ja voll scheiße und so, ne, ne? Ja, egal. Generell, ähm, ja, das, sonst habe ich andere Themen nicht, ähm, parat. Achso, ja, ähm, ich wollte noch aufsprischen. Wir haben natürlich einen eigenen Clan eröffnet. Der nennt sich NE Squad. Auf deutsch übersetzt New Era Squad. Neuere Generation Squad heißt das, glaube ich. Weiß ich jetzt gerade nicht. Ähm, haben den, ähm, natürlich auch neu. Wir freuen uns natürlich, äh, wie gesagt, ich freue mich auf jedes Kommentar, was ihr dazu meint. Ihr könnt euch auch gerne bewerben. Wir sind im Moment auf Elite. CWs sind im Moment auch nicht dabei. Warum? Ja, wir haben erst seit, glaube ich, vier Tage den Squad eröffnet. Äh, eröffnet. Och, Mann, mein Deutsch wieder. Und generell, ähm, ja, wir machen jetzt im Moment so Clan-OPs wie, äh, zum Beispiel 1000 Headshots bei, ähm, Fail. Bei, ähm, ähm, Zombie-Modus oder, oder, wie heißt es, was gibt es noch, Zombie-Modus, Team Deathmatch hat mal sieben Tage Zeit oder so. Und, ja, wir schauen einfach mal, wie das, äh, so einigermaßen wird. Natürlich, der Sonnenschein geht hier übelst ab mit Schwarm und Hundebisse. Ihr seht jetzt schon, er hat schon 32,1, eine 32er-Quote. Das ist schon, also, freaky, sag ich mal dazu. Warum freaky? Ja, wenn ich so ein Score reißen würde. Ist ohne Scheiß, aber mir wird ja die Chance ja verpasst. Es ist asozial. Ist generell. Ja, und mit diesem geilen Gameplay hier beendet der Sonnenschein hier mit einem 40 zu 1, eine 40er-Quote. Und würde sagen, yo, Leute, haut's den Ei, wir sehen uns im nächsten Leben wieder. Nein, natürlich im nächsten Gameplay oder Let's Play. Yo, macht's gut. Euer Sony Styles Gaming. Peace.